Ich bin euch also mehr als dankbar für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich es nicht in den Zug geschafft und käme nicht rechtzeitig zum ... Ist ja gleich. Haben Sie einen wichtigen Termin? Mhm. Es geht mir zwar nichts an, aber haben Sie irgendetwas wie eine Präsentation? Wie kommt ihr darauf? Ich habe nur gedacht, weil Sie doch so einen grossen und schweren Koffer dabei haben. Sind Sie sicher keine Reisende? Es nimmt doch niemand so viel mit. Dann kennt ihr aber meine Freundin nicht. Ja, das kann gut sein. Was? Ja, dass ich Ihre Freundin nicht kenne. Aha, ja genau. Ich bin zwar keine Reisende, aber ganz recht habt ihr mit euren Mutten nicht. Wieso? Kennet ihr euch mit Philosophie aus? Nein, gar nicht. What about the Lord? Nein! Untertitelung des ZDF, 2020